Paulina Heinrich und Thorsten Schulz werden jetzt zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses gerufen. Eine junge Frau entblößt sich am Straßenrand. Den Grund dafür können die Beamten kaum glauben. Oh, okay, da. Guten Tag, die Polizei. Hallo, die Polizei. Hallo, ich bin Natascha, wo Sie gerade da sind. Ich sammle dafür, um meine Nüsse verbrößern zu lassen. Die sind zwar ganz nett, aber wenn Sie wollen, ich zeige Ihnen das gerne nochmal, die müssen halt irgendwie größer. Das stimmt. Das ist okay? Tatsächlich. Sie haben jetzt meinen Kollegen, glaube ich, sehr erfreut. Nichtsdestotrotz jetzt mal wirklich mal ernst. Wir wurden ja alarmiert von Passanten. Die fühlen sich dadurch belästigt, dass sie hier oben ohne rumlaufen. Ja, das verstehe ich gar nicht. Ja, hier laufen ja auch Kinder rum und andere Leute, die das vielleicht nicht unbedingt sehen wollen. Das ist doch eine lustige Aktion. Ja, das ist eine lustige Aktion, aber leider ist es auch eine Ordenswürdigkeit, wenn man andere Leute damit belästigt. Und deshalb müssen wir Sie bitten, das zu unterlassen und Ihren Weg bitte fortzusetzen. Ach, weiß ich gar nicht. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Weil im Prinzip, wenn Sie nochmal schauen wollen, ich finde, da könnte man an jeder Seite noch ein bisschen was machen. Das ist ja super. Das können Sie ja auch gerne privat machen, aber machen Sie das hier nicht bitte in der Öffentlichkeit. Ja gut. Und nicht jeder will das sehen. Und wenn Sie jetzt hier weitermachen, dann müssten wir hier einen Ausweis nehmen, dann müssten Sie von uns eine Ordenswürdigkeit eine Anzeige kriegen. Und so weiter. So eine Anzeige wollte ich jetzt nicht haben, deswegen. Ich habe jetzt auch gar nicht gewusst, dass das so ein Ziele ist. Einfach nur eine lustige Aktion hier. Dann schnappen Sie am besten Ihren Trog da und machen sich hier vom Acker, würde ich sagen. Wofür haben Sie denn jetzt schon beisammen hier? Anna, meine Schwester her. Am Anschein. Hallo, aber wir reden immer noch mit Ihnen. Das ist gerade ein bisschen unhöflich, was Sie machen. Du, äh, Entschuldigung. Ja, ich bin gerade noch bei der Lerngruppe. Bei der Lerngruppe? Ja, genau. Äh, darf ich mal zwischenhauen? Äh, Entschuldigung. Hallo. Ja. Wer ist denn da? Das ist meine Schwester, die Anna. Kann ich mal kurz haben? Ja, schönen guten Tag, hier ist die Polizei. Und zwar haben wir Ihre Schwester gerade angetroffen, wie sie sich hier entblößt und zwar oben ohne. Könnten Sie das bitte lassen, junge Frau? Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen Einfluss auf sie haben. Aber ansonsten müssten wir sie nämlich hier vom Ort verbringen und, äh, ja. Wo sind Sie? In welcher Straße sind Sie? Würde ich gleich vorbeikommen. Ja. In der Blumengasse sind wir. Na, machen wir immer mehr. Na, machen Sie gleich mehr. Kennen Sie die? Und deswegen geht da auch anfassen oder ein bisschen mehr? Das ist, na ja, ich hab das Handy von Ihrer Schwester in der Hand, ja. Können Sie das bitte... Und die ist anscheinend ein bisschen unkooperativ. Vielleicht haben Sie ja ein bisschen mehr Einfluss auf sie. Dann, weiß ich nicht, nehmen Sie sich ein Hotelzimmer oder was, da können Sie das gerne machen. Alles klar. Das reicht. Okay. Bis gleich, wir freuen uns. Am helllichten Tag hier laufen Kinder lang und lang. Äh, Ihre Schwester kommt vorbei. Mensch, vielleicht kann die Sie ja ein bisschen dazu bewegen, hier wegzunehmen. Aber ich brauche jetzt erst mal Ihren Ausweis, bitte. Ja, die Dame hat hier versucht, mit dieser netten Tasse hier, das zeigt das ja schon, ein bisschen Geld zu sammeln. Und zwar wollte sie ihre Brüste wohl vergrößern lassen. Und, äh, das kann sie auch machen, aber in der Öffentlichkeit, äh, hier jedem die Brust zu zeigen und dafür Geld zu fordern, ist natürlich nicht so ganz die richtige Art, ja. Als, äh, Polizist, äh, muss man da einen kleinen Abstand zu haben, ein bisschen, äh, Professionalität an den Tag legen. Privat, äh, hätte ich nichts dagegen gehabt, aber hier, äh, muss ich natürlich sagen, dass das verboten ist. Und, äh, ja, äh, muss hier vom Platz verweisen. Bitteschön. Gut, danke schön. Frau Bach, ja? Ja, aber jetzt so großen Ärger kriege ich deswegen doch nicht. Ich hab ja jetzt auch aufgehört. Naja, Frau Bach, also wir haben sie jetzt ein paar Mal aufhelfordet, das zu lassen und trotzdem haben sie sich hier weiter entblößt. Ach so, hier bin ich. Hallo. Sag mal, was machst du denn hier? Ach, die versteht das alles nicht. Ach so. Ich mach hier ne gute Crowdfunding-Aktion, weil ich doch unbedingt größere Brüste haben will. Hey! Was soll das denn? Das ist doch nur Crowdfunding-Aktion. Das macht man jetzt so. Jetzt reden sie mal ganz in Ruhe mit ihrer Schwester. Nein, das macht man jetzt einfach so. Ich versteh das nicht. Ich versteh sie ja, dass das ne lustige Aktion ist, aber, äh, in Ordnung ist das natürlich nicht, dass sie hier ihre Brüste zeigen. Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Hallo? Wer sind sie jetzt? Ja, Fotoshooting, klar. Hallo. Schönen guten Tag. Junge Mann, wir finden gerade polizeiliche Maßnahmen statt und es wäre schön. Ist alles okay? Ist alles okay? Ne, es ist nicht okay. Wir haben gerade hier ein bisschen zu tun. Ich weiß, es ist endlich zu tun. Würden Sie sich bitte ein bisschen zurückhalten? Das wird ja immer besser. Riko Schaller. Riko Schaller. Schönen guten Tag. Aber wir müssen das erst mal klären mit der jungen Dame und danach können Sie sie gerne ansprechen und dann werden wir weiter sehen. Okay, Sie halten sich erst mal zurück. Ein Augen mit Geduld, bis wir fertig sind und dann können Sie das gerne ausmachen. Und solange möchte ich Sie bitten, dass Sie einfach mal bei selten sind. Gut, aber das ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung. Hallo. Hast Sie das verstanden? Ja, die nehme ich, danke. Gehen Sie doch mal bitte ein Stück weiter. Guck mich an. Also erstens ist es total unhöfisch, was Sie hier gerade machen. Ich versuche hier, jut aus der Lösung, eine Lösung hier für Sie zu finden. Normalerweise müssten wir Sie jetzt hier mitschleppen, weil Sie einfach nicht einsehen, dass das nicht in Ordnung ist, was Sie hier machen. Ja. Können Sie bitte den Müll wieder aufheben? Ja, klar. Dankeschön. Herr Schaller, haben Sie das nicht verstanden? Mein Rucksack ist weg. Haben Sie das nicht verstanden? 2 Wochen in die Uhr. Der rückt das nicht an. Warte. Mein Rucksack ist weg. Seit wann ist der weg? Ich habe ihn vor 10 Minuten hier reingepackt. Das war so ein schwarzer, kleiner Rucksack. Ich gucke mir jetzt hier gerade ein bisschen zu viel. Sie haben ja jetzt seit dem Auto drin gesessen. Ja, aber der ist weg. Und bevor die Frau jetzt hier im Auto war, war er noch da? Der war noch da. Ich habe ihn vor 10 Minuten erst reingepackt. Ja, aber den kriegt man ja mit, wenn jemand die Klappe aufmacht und da hinten was rausnimmt. Oder er war zu sehr abgelenkt von den Brüsten. Kann ja auch sein. Okay. Frau, mal eine Frage. Dem jungen Herrn fehlt jetzt der Rucksack im Auto. Haben Sie irgendwas damit zu tun? Nein. Ich mache hier ja nur eine Aktion. War das hier eine Aktion oder irgendwas? Ich dachte mir ja, dass wir damit nichts zu tun haben. Irgendwie so ein Ablenkungsmanöver oder so? Nein. Dass Sie mich im Hintergrund gestohlen haben. Vielleicht hast du ja noch irgendwen hier irgendwo. Nein, ich mache hier einfach nur Geld für größere Brüste. Mehr mache ich doch gar nicht. Müssen wir aufnehmen, ne? Ja, haben Sie mal einen Ausweis für uns? Ja, der ist ein Rucksack. Alles klar. Sagen Sie mir Ihren Namen. Ich meine, da kann ich doch jetzt nichts für das Zuberein. Das tut mir langsam jetzt ja ein bisschen zu bunt. Was haben Sie jetzt mit zu tun? Was haben Sie jetzt damit zu tun? Warte. Ist der Rucksack? Ist mein Rucksack? Einmal runter. Hey, 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 hey. Ruhig, 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 ruhig. Alle vorbei. Junge Mann, ganz ruhig. Machen Sie mal die Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Stan, lassen Sie mich doch. Hat doch nichts gemacht. Ist das der Rucksack? Das ist mein Rucksack. Okay, machen wir gleich den Rucksack ab. Ja, gleich. Moment. Okay. Können wir mal den Rucksack hier abmachen, junger Mann? Wo haben Sie den Rucksack her? Ist das Ihrer? Der lag da auf der Straße. Der lag da auf der Straße, alles klar. Na, so ist das. Lassen Sie sie erst mal. Tablet drinnen. Gut. Also, dieser Rucksack wurde gerade dem jungen Herren hier entwendet. Sie können sich jetzt dazu äußern, müssen Sie das nicht tun. Auf jeden Fall liegt der nicht so gedacht. Gut, nee. Kommen Sie mal auf die Knie. Hier, Tablet. Da ist ein Tablet drinnen. Ein Handy müsste drinnen sein. Gut, okay. Da ist mein Portfolio. Hast du nichts gemacht? Nee, ist klar. Gut. Muss alles drinnen sein. Muss ich den Ausweis darin? Ja. Hier. Können Sie den mal raushauen, bitte? Ja. Okay, er hat auch einen Ausweis. Hier. Gebe ich den mal. Ja, alles klar. Der bleibt erst mal noch kurz bei uns. Wir müssen dokumentieren, was da alle drin ist. Und dann können Sie den nachher wieder haben. Junge Dame! Junge Dame! Was ist denn hier? Was ist denn mit dem Herrlen hier? Kennen Sie den? Das ist eine Aktion jetzt. Es wird nichts Schlimmes passiert. Was hört es denn los? Ich wurde bestohlen. Nichts Schlimmes passiert. Frau Bach, wie sieht es aus? Möchten Sie irgendwas loswerden? Ich habe den Eindruck, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Erzähl es doch jetzt. Können Sie auch gerne ein Stück beiseite? Ja, mach mal. Kommen Sie mal ein Stück mit. Kennen Sie den jungen Mann? Nee. Also, ich habe den Verdacht, dass Sie den kennen. Und ich habe auch den Verdacht, dass Sie ihn abgelenkt haben, während er hinten das klaut hat. Das ist Ihr Freund. Achso, Sie kennen ihn. Natürlich kenne ich ihn. Mann, Anna! Ich wollte nur, dass sie größere Titten hat. Wir haben auch nichts dafür. Jetzt erzähl, warum hast du das gemacht? Was? Patrick hat mich dazu überredet. Er hat gesagt, das ist ein bombensicherer Plan. Drehst du heute alles nur noch um Brüste? Warum? Warum? Du weißt doch, dass Patrick große Brüste so toll findet. Dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Brust dupieren. Dann hat er gesagt, ja, ist doch ein super Plan. So, du stellst dich oben hin. War doch auf deinem Plan! Das war dein Plan! Erzählen Sie mir bitte mal in Ruhe weiter. Ich wollte das doch überhaupt nicht. Das war alles eine Idee. Hat er es wieder zugezwungen oder was? Er will doch einfach große Brüste. Da habe ich gedacht, okay, da war ich schon große Brüste. Das kann nur noch große Brüste. Was ist denn mit dir los? Hat er gesagt, dass er ihm was antut oder so, wenn sie das nicht machen? Nein. Wolltest du es trennen? Ja. Und wenn ich dich da hinstelle und die ablenke, dann hat er hinten den Kofferraum ausgeräumt. Dann können wir uns das Geld teilen. Und von meinem Teil kann ich mir dann endlich große Brüste leisten. Du hast einen super Körperraum. Warum lässt du dir sowas eingeben? Aber dann würde ich ihm noch viel besser gefallen. Gut, okay. Also sie haben vorne abgelenkt, indem sie ihr T-Shirt hochgezogen haben. Geld eingesammelt haben. Hat er hinten oder hat die Leute grundsätzlich gestohlen. Bitte Anna, das war wirklich so eine Idee. Okay. Bitte erzähl das nicht, Mama. Bitte nicht. Erstmal muss man sagen, dass hier beide eine Straftat begangen haben. Gemeinschaftlichen Diebstahl. Sie wurde zwar von ihrem Freund dazu genötigt. Ich denke aber, sie ist voll straffähig. Sie ist eine erwachsene Frau. Und sie hat auch, denke ich, so viel Gehirn, dass sie solche Sachen nicht machen muss. Also ich denke, sie wird hier nicht straffrei ausgehen, weil sie hat kein Defizit. Sie ist nicht minderjährig oder ähnlichem. Kann durchaus sein, dass der Richter hier eine mildere Strafe verhängt, weil sie das Ganze nicht ganz freiwillig gemacht hat. Ich denke, sie ist erwachsen und eine gestandene Persönlichkeit und hätte das hier nicht tun müssen. Und dann sollten Sie sich vielleicht einfach mal überlegen, ob das der richtige Mann für Sie ist. Also wie ich das jetzt beurteilen kann, haben Sie schöne Brüste, muss ich ja mal sagen. Also eigentlich eine OP haben Sie nicht nötig. Geben Sie mal das her. Das sind meine Kolleginnen und Sie setzen sich dann mal hinten mit drin. Bei den weiteren Ermittlungen konnten auch die anderen Opfer ausfindig gemacht werden. Die junge Frau hat sich von ihrem Freund getrennt. Die Brust-OP will sie nicht mehr durchführen lassen.